Was ist denn die Story, die wir vermitteln wollen? Was ist denn das, was wir am Schluss rüberbringen wollen? Und wir haben dann gesagt, okay, das, was wir sagen wollen, ist, wie verändert sich Medienproduktion, wie verändert sich Marketing, wie verändert sich Kommunikation im Hinblick auf Digitalisierung und Cross-Modialität? Und wie gehen wir da eben damit um? Und das war die Story, die wir vermitteln wollen. Und dann haben wir uns überlegt, in welchem Medium funktioniert das Story überhaupt? Wie verpacken wir das überhaupt so, dass wir das, was wir vermitteln wollen, überhaupt rüberbringen können? Und als wir darüber nachgedacht haben, haben wir festgestellt, eigentlich funktioniert die gerade am besten im Print. Die funktioniert, als Story funktioniert das momentan am besten im Print. Wir wollten ganz bewusst dieses schwere Format, dieses Unhandliche, dieses Große, auch natürlich das Haptische in dem Ding. Wir wollten, dass das Buch ein Stück weit wehtut, dass das anstrengt. Und das haben wir über das Medium an der Stelle auch transportiert und mit rübergebracht. Und so haben wir eben die Story verpackt. Deswegen gibt es das Buch eben auch nur als Print heute. Und wenn wir das Ganze in ein anderes Medium bringen würden, dann würden wir die Story ganz anders verpacken. Dann würden wir den Grundgedanken, den wir dort drinnen haben in dem Buch, ganz anders inszenieren und darstellen. Dann würden wir nie eine PDF-Replika aufs iPad bringen von dem Teil. Wir würden das komplett anders darstellen, komplett anders inszenieren. Deshalb Story first. Das heißt, wir brauchen eine Botschaft. Wir brauchen eine Story, die wir vermitteln wollen. Und diese Story muss einen Nutzwert haben für unsere Anwender. Die muss was transportieren. Die muss einen Zweck für die erfüllen. Und nach dieser Entscheidung richtet sich dann auch die Auswahl des Mediums. Und das Medium wird so bespielt, wie das eben quasi im Sinne dieser Story das Medium auch verdient hat. Also nicht der Ansatz zum sagen, ich druck sowieso, sondern ich wähle das Medium auf Basis der Story, der Geschichte aus, wie ich erzähle.